Can Kaplan und Gigi Birofio, bekannt aus dem Sommerhaus der Stars, trafen erneut aufeinander, diesmal im Boxring bei Famefighting. Bei dem Box-Event im Bonner Maritimhotel lieferten sich die beiden Reality-Kontrahenten einen harten Kampf über fünf Runden, jeweils drei Minuten lang. Zunächst schien Gigi die Oberhand zu haben, indem er Can in den ersten Runden zu Boden brachte. Doch dann gelang es Can Kaplan, das Blatt zu wenden und den Kampf für sich zu entscheiden. Obwohl das Publikum hauptsächlich auf Gigi's Seite war, erhielt der Sieger nur wenig Applaus. Die Rivalität zwischen Zahn und Gigi begann während ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars. Der Konflikt zwischen den beiden wurde so intensiv, dass es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam und die Produktion eingreifen musste, was zu ihrem vorzeitigen Ausscheiden aus der Show führte. Ihre Teilnahme an Famefighting schien eine Gelegenheit zu sein, ihre offenen Rechnungen zu begleichen und ihren Streit im Boxring zu klären. Nach dem Kampf reichten sie sich die Hand und Gigi bedankte sich für einen geilen Kampf. Aufmerksamkeit Vielen Dank.